Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zu 90 Jahre Spielspaß oder 90 Years of Play, wie es Lego hier auf der Packung sagt. So heißt nämlich dieses Set, das mir dankenswerterweise von Lego vorab zur Verfügung gestellt wurde für dieses Review. Und als ich die ersten Bilder davon sah und die ersten Infos, dachte ich, dieses Video überschreibe ich mit das beste Lego-Set aller Zeiten. Ja, das habe ich mir jetzt doch anders überlegt, wie man wahrscheinlich in der Überschrift sieht. Das heißt nicht, dass das hier nicht eine coole Geschichte ist, nur ich finde, Lego hat da wieder so auf dem halben Weg dann nicht die Kurve gekriegt. Das, was wir hier sehen, sind erstmal, und das ist das Coole an diesem Set, als sozusagen Hommage an die Geschichte von Lego, 90 Jahre Lego, dass sie hier ganz viele legendäre Sets, mehr oder weniger, zumindest legendäre Serien, mit den jeweiligen Jahreszahlen, aber eben auch mit kleinsten Modellen in diesem Set verewigt haben. Die werden wir uns gleich einzeln noch angucken. Das Ganze hat auch noch so einen leichten Retro-Charme, diese Verpackung. Und wir werden gleich sehen, da ist eine Menge Holz drin, beziehungsweise Plastik. Es gibt einige Tüten, die nummeriert sind, und es gibt einige, die nicht nummeriert sind. Die nicht nummerierten, das ist, spoiler ich schon mal, das sind einfach Steine, mit denen man nachher frei Stil bauen kann. Die nummerierten, kann man das natürlich genauso, die Lego-Polizei kommt da nicht vorbei, aber das sind die, die dann für diese kleinen Modelle, die wir uns gleich alle angucken werden, also diese legendären Abbilder ihrer Großmodelle, dann mit diesen Anleitungen hier gebaut werden. Zwar Anleitungshäftchen sind es, das heißt, man könnte also auch nebenbei gemeinsam bauen. Das sind insgesamt 1.100 Teile für 50 Euro, Teilepreis von 4,5 Cent. Das ist nicht schlecht. Und erst recht, wenn es dann der Straßenpreis ist, wie es einige jetzt schon im Vorverkauf haben, mit 40 Euro, dann ist das preislich mal auf der Pro-Seite, für Lego-Verhältnisse zumindest. Am 1. Mai erscheint übrigens dieses Set, und ich erwähnte schon, ich habe es vorab bekommen von Lego. Musste also nichts dafür zahlen. Wir sehen hier, jeweils in jedem Tütchen sind zwei von diesen kleinen Modellen drin. Und von diesen 1.100 Teilen würde ich sagen, ist vielleicht ein Viertel, ja, so ungefähr, vielleicht ein Drittel sind dann diese kleinen Modelle. Also das meiste sind Steine zum freien Bauen. Und wenn man dann also diese kleinen Modelle in nicht mal einer Stunde zusammengebaut hat, dann sehen sie so aus, beziehungsweise dann gucken wir sie uns doch mal an. Wir fangen 1932 an, da war das noch gar kein Plastik, da war das noch Holz. Und die legendäre Ente, die haben wir ja auch schon als Ideas-Modell. Und jetzt gibt es eben auch hier als kleinen Modell, aus wenigen Teilen zusammengebaut, mit einem großen Schnabel. Aber ich finde, man erkennt sie schön. Also das ist, ja, eine coole Ente. Ja, Puristen könnten jetzt sagen, das war gar nicht 1932, sondern eher so vielleicht 1933, 1934, soweit ich gesehen habe. Aber, ja, die Jahreszahlen sind da so ein bisschen variabel, habe ich das Gefühl, was ich auch so an Rückmeldungen bisher zu diesem Set gesessen habe. 61, da sind wir jetzt im Plastikbereich. Und das ist so ein legendäres, einfaches Haus. So waren sie damals. Ich habe ja hier auch mal aus dem Lego Ideas-Haus so ein bisschen was gezeigt. Und da stehen ja diese alten Modelle auch noch. Und das war so dieses Rot-Weiße, typische in den dänischen Farben. Und dazu dann auch nochmal so ein LKW in der Ukraine-Farbe. Gut, aber ich glaube, das ist Zufall. Beziehungsweise die Z ist ja wahrscheinlich schon länger produziert. Dann haben wir 66 Zug. Das sehen wir hier. Der war und ist natürlich, wenn man ihn heute noch sieht, eigentlich motorisiert. Da verweise ich auf Steinhanse-Videos, wo ich ja immer so alte Züge dort entdeckt habe. Und auch schon mit dem Sammler gesprochen habe. Hier sehen wir jetzt sozusagen das Abbild davon. Das sieht eher wie eine Brio-Eisenbahn aus, finde ich. Also durch diese Räder. Die, finde ich, wirklich Brio-Charakter haben. Auch wenn es kein Holz ist. Immerhin ein Lock und ein kleiner Anhänger, den wir hier haben. Nett. Das 78er-Modell hier von der gelben Burg, der legendären gelben Burg. Das habe ich ja hier auch schon mal das Original gezeigt. Das hatte ich mir mal gebraucht, gekauft. Steht hier auch immer noch. Witzigerweise, mein Sohn spielt mit dieser Burg von 78 immer noch unheimlich gerne. Es geht ja nicht mehr, dass der Besitzer von Lego damals gesagt hat, nee, keine graue Burg, weil da kann man ja Panzer draus bauen. Deswegen sei das gelb geworden. Ob das alles so stimmt, man weiß es nicht. 79 jetzt sozusagen als Schlachtzahl ist dann Space. Das klassische Space. Das von Bennys, Spaceship, Spaceship, Spaceship. Und das, finde ich, haben sie farblich sehr schön hingekriegt. Es hat nicht so diese zeitlose Eleganz. Die klobige Eleganz des Originals. Aber ich finde, allein durch die Farbgebung kommt das hier schon gut rüber. Also dieses Gelb mit dem Blau und Rot und Grau. Also das ist schon, ja, wer so aus dieser Zeit stammt, der denkt sich gleich, ja, das ist so, das ist so. Das gehört sich so. Da fehlt noch die Platte dazu, wie dann mit diesen Kratern. Aber na gut, das finde ich das Highlight eigentlich davon. Wir befinden uns nämlich im Jahr 81, Farbulant und der dazugehörige Elefant, den haben wir da. Und zwar eben nicht als Farbulant-Minifigur, leider. Das wäre noch kühler gewesen, aber wirklich, finde ich, faszinierend nachgebaut. Also da finde ich, wer Farbulant kennt und diese Figur sieht, wird sich sagen, zumindest mit einem Meter Abstand, das sieht aus wie Farbulant. Also und dazu dann noch, das war auch bei dem Set damals dabei, das weiß ich auch noch. Also hier dieser Sonnenschirm mit, ja, kleiner Tasse dabei. Farbulant, das finde ich cool. Dann haben wir hier ein, ja, nicht ganz so filigranes, gerade was die Segel angeht, von 89 Segelschiff. Also auch das Original habe ich ja hier mal schon mal vorgeführt. Da hatte ich mir das ja auch mal Gebrauch geholt. Das ist, ja, man sieht immerhin unten auch diese Kanonen, die angedeutet sind, mit diesen Noppen, die da rausragen. Die Segel hingegen sind sehr massiv. Die sind wirklich nur so markiert. Also im Original sind das ja, ist das ja so eine Art Stoff, der da sich drauf befindet. Immer schön, immer schön schön. Ist auch der Totenkopf hinten. Das ist die allerdings das einzige Teil einer Minifigur. Dann kommen wir hier zum Geheimnis der Swings von 1998. Und da haben wir ja schon Anspielungen an dieses Set gehabt mit dem Fallturb, mit dem Haunted House, was ja vor zwei Jahren erschienen war. Und jetzt hier sich wiederfindet auch mit dieser mit Hieroglyphen versehenen kleinen Säule. Ja, es ist gegenüber dem Original, glaube ich, ein bisschen bunter, aber finde ich okay. Also auch da erkennt man, glaube ich, gleich, dass es das ist. Hat sogar so einen kleinen, ja, Rubin da. Und dann haben wir noch so einen Skorpion. Ja, naja, lassen wir das noch als Minifigur? Nein, das ist aber immerhin Skorpion. Ups, da geht uns schon die Säule flöten. Nö, nö. Schöne Swings mit wenig Geheimnis allerdings drin. Die sieht so aus. Ja, 2000. Belleville. Wobei das hier repräsentiert wird durch so eine Kutsche mit Pferd. Das könnte auch so ein Disney-Bereich von heute sein. Nichtsdestotrotz, Belleville war ja natürlich, ja, schon irgendwie auch skurril. Es richtete sich an Mädchen. Damit war es was Ungewöhnliches. Immerhin haben wir hinten so einen kleinen Frosch da. Bringt aber nichts, den zu küssen. Ansonsten war Belleville natürlich vor allem dadurch geprägt, dass es eben sehr, sehr seltsame Minifiguren hatte. Also so Stofffiguren, also schon Richtung Barbie gehend. Also das war schon auch eine sehr seltsame Zeit. Ich finde ganz süß, dieses verträumte Pferdchen vorne. Da mit den geschlossenen Augen. Man hofft, dass er während der Fahrt bitte nicht schläft. Aber, und dazu dann dieses komische München dazu. Also dieses Loch. Es sieht, ja gut, Belleville war skurril. Das Modell hier ist es auch. Und am schlechtesten wiedererkennbar, finde ich, ist hier Tahu von Bionicle. Das sieht einfach nicht aus wie eine Bionicle-Figur. Sondern irgendwie einer, der sehr, sehr prägnant Oh sagt. Und vielleicht deswegen, weil er irgendwie am Finger brennt oder so. Keine Ahnung. Also das sieht für mich nicht wie nach Bionicle aus. Ja, sie mussten es wahrscheinlich aufnehmen. Weniger für uns Europäer hier, sondern für die Amerikaner, die einfach absolute Bionicle-Fans waren. Und, glaube ich, mit Bionicle auch Lego davor bewahrt haben, von Mattel aufgekauft oder ähnliches zu werden. Aber, ja, das kleine Modell fand ich nicht so gut gelöst. Da finde ich es schon viel cooler. Von 2005 hier die Polizeistation, die ja nicht die erste Polizeistation war, aber so eine durchaus typische. Mit diesem Kastenmuster. Dann unten ein kleines Gefängnis. Da sehen wir die Stäbe. Und natürlich, wie kann es bei einer Polizei nicht sein, beziehungsweise wie darf es natürlich nicht fehlen, der Hubschrauber. Oben sogar so ein kleines Lämpchen. Damit man weiß, hier ist jetzt Einsatz und ein bisschen Straße davor. Also das, finde ich, ist ein sehr cooles, fast schon zum Spielen geeignetes kleines Set. Ja, nicht ganz so wie Bionicle, aber auch schon etwas am Rande des Wiedererkennbaren ist von 2010 hier dieser Bagger, der aus der Technik-Serie stammt. Obwohl sie haben Technikteile verbaut. Es ist ein Bagger. Aber er sieht natürlich irgendwie vom Körper sozusagen ganz anders aus, als das Modell, das wir da sahen, das ja viel runder auch war. Ja gut, das kriegst du jetzt mit so wenigen Teilen jetzt nicht hin. Das ist, aber da muss man schon wieder ein bisschen wissen, dass es daran angelehnt ist. Das ist nicht so, dass man gleich sagt, wie bei einigen anderen Modellen, oh ja, das ist das und das. Das, da finde ich schon wieder besser gelöst, 2013 haben wir jetzt hier ein Ninjago-Set, der goldene, beziehungsweise zu Lloyd, deswegen auch ein bisschen grün, glaube ich, der goldene Drache. Den haben wir hier, also da, gut, die Zähne sehen so ein bisschen aus, nicht seltsam. Aber ansonsten schöner, kleiner Drache. Ich finde es wirklich sehr bedauerlich, dass sie hier nicht noch dann sich dazu durchgerogen haben, ein bisschen was an Minifiguren dazu zu packen. Das wäre natürlich noch viel cooler gewesen. Es wäre vielleicht auch schwierig gewesen, die dann auszuwählen. Eine Ninjago-Figur ist dann auch irgendwie doof. Ja, verstehe ich, dass das irgendwie nicht so sein sollte. Aber wenn man das sozusagen als Jubiläum-Set macht, hätte man da in diese Richtung noch was machen können. Als nächstes übrigens 2017, auch da kann man sich fragen, ob es nicht vielleicht schon ein Jahr vorher war, haben wir jetzt hier dieses Freundschaftshaus oder dieses große Haus aus Friends. Da finde ich auch wieder, sie haben so einige Modelle rausgewählt, wo ich mich so ein bisschen frage, warum? Also, es ist ja nicht das Erste gewesen, es ist vielleicht auch nicht das Prägendste gewesen, aber vielleicht auch jeder sieht das anders. Ich finde, man erkennt es aber, wenn man es weiß, ganz gut. Also, das passt auch so ein bisschen zu dem jetzigen Freundschaftshaus, was wir jetzt ja aktuell haben. Also, vom Stil her, da war noch der Aufzug dafür, haben wir hier eine Rutsche gehabt, die man nicht wiedererkennt. Leider ist okay. Ja, auch da wären natürlich mit Minifiguren wieder, obwohl die passen natürlich, Minifiguren hätten natürlich nicht zu der Größe Modells gepasst. Das muss man natürlich auch zugeben. Ja, und dann sozusagen als Neuestes und sozusagen das, die Aktualität oder die Gegenwart repräsentierendes, jetzt Lego Dots zu nehmen, ist gewagt. Beziehungsweise, sie haben immerhin nicht Video genommen. Da sind sie wahrscheinlich selber froh, dass sie das nicht in der Planung, vielleicht hatten sie es ja, wer weiß. Aber egal. Auf jeden Fall, diese Ananas, ja, die war für Dots, finde ich schon so das, wo auch der eine oder andere A-Voll vielleicht überlegt hat, Ja, die Ananas, die ist schon ganz cool. Trotzdem, irgendwie, außer dass ich jetzt nicht sagen könnte, was, aber irgendwie, finde ich, repräsentiert es Lego. Ja, vielleicht repräsentiert es ja auch, dass es auch gerade richtig, wer weiß. Weil es dann irgendwie, ja, das andere Lego auch darstellt. Vielleicht hätten sie aber ein 18-Plus-Set, aber welches, ne? Also, man weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass eine Menge zusätzliche Steine da sind. Und zwar schöne, viele Standardsteine, auch so ein paar kleinere. Ja, auch mal ein Pflänzchen sehen wir da oben dabei. Aber viel, was jetzt noch hier nicht in diese Modelle eingeflossen ist und deswegen dazu einladen soll, selber einfach was zu bauen. Und das ist ja eigentlich genau das, was man mit Lego will. Und so gesehen ist eigentlich diese Kombi aus so ein paar Anspielungen, ein altes Set, was vielleicht Papi und Mami freut. Und viele Steine, was einem dann aus der Lust, diese kleinen Modelle gebaut zu haben, dann rausbringt und zu eigener Kreativität führt. Genau die richtige Idee. Das Ganze noch zu einem Preis, der wirklich okay ist. Wir sehen, es ist wirklich nicht nur kleine, einer da irgendwie, sondern wirklich auch schöne, massive Teile, auch mal ein Rad und so. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel Interessantes draus bauen. Allerdings hat Lego leider es versäumt, diese weiteren Anregungen irgendwie zu veröffentlichen. Also das hätte ich mir einfach noch gewünscht. Und da sage ich, da fehlt mir sozusagen wirklich was, dass Lego nicht nur die Anleitung für diese Kleinmodelle beipackt, sondern einfach auch ein paar Anregungen gibt. Gar nicht Anleitung, einfach nur ein paar Bilder vielleicht von Dingen, die man mit diesen vielen anderen Steinen noch so bauen könnte. Vielleicht auch mal was Großes. Einfach mal zeigen, da geht was. Und das finde ich, ist schade, dass sie das nicht gemacht haben. Und was ich mir auch noch gewünscht hätte, wenn sich schon dieser Bereich der alten Sets irgendwie wahrscheinlich an Papi und Mami richtet, dass man da noch ein paar mehr Infos zu diesen Sets, außer nur, dass da irgendwelche Bilderchen von der Verpackung mit dabei sind, dass man die noch hätte da einpflegen können. Ist dann wieder sprachliche Problem, ja, aber das haben sie bei anderen Sachen ja auch hingekriegt. Also schade. Schade. Das finde ich, sind so ein paar Sachen, die hier das nicht zu dem perfekten, keilen, coolen 90 Jahre Lego-Set machen. Ja, und dann muss man auch noch sagen, was auch noch fehlt, ist, dass sie natürlich die gesamten Lizenzprodukte, die natürlich auch diese 90 Jahre geprägt haben, allen voran Star Wars und Harry Potter und Herr der Ringe, dass das hier natürlich komplett ausgespart wird. Das hat natürlich wieder Lizenzgründe und hätten sie es gemacht, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht für diesen Preis hier anbieten können. Aber sozusagen aus Konsumentensicht ist es schade, dass sie sozusagen damit nicht wirklich einen einigermaßen vollständigen, geht ja gar nicht, aber soweit es in diesem Rahmen geht, Überblick geschaffen haben. Also, und Minifiguren hätte ich, weil die waren auch prägend. Also, ja, vielleicht mit Fabulant haben sie quasi das Thema Minifiguren mit drin gehabt. Das können wir vielleicht nochmal so auf der Haben-Seite sehen. Aber trotz aller Meckerei, also es ist natürlich trotzdem ein richtig cooles Set für die Familie und da kann man richtig schön was draus machen. Viele Steine, die Kreativität wird gefördert, auch wenn Lego das wieder mit der Hand, egal, haben wir schon drüber geredet. Und eben, Erinnerungen sind auch noch drin. Also, schade, dass sie sozusagen diese letzten 25 Prozent zum perfekten Set hier weggelassen haben. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis bald und tschüss. Bis bald.